Christopher Street Day Was ist denn das eigentlich? Was gibt's, Chef? Schwul, wir sind schwul, mein Gott! Schwuchtel. Ich will immer Lores. Ich will mehr. Ich will den absurden Knaller. Blumenbuch sind die für mich? Äh, die sind für Sie, ja. Erstmal müssen Sie sich fragen, warum Sie mit einer Frau zusammen sein wollen, die von Ihnen nicht wissen will. Hast du dir gefühlt? Kannst du rein im Bett? Ja, ja. Ja, irgendwie extra. Lorenz, ich nehm an, du weißt, woher die Dame ihr Pflaster hat. Darf Ikea tussieren die Designerwohnung? Aber nur kurz. Und ohne Sex, gell? Ohne Sex? Das ist der Heinis mit ihrem verklemmten Doppelheben, die finde ich absolut abstoßend. Ich spür das doch. Irgendwas ist los mit dir. Also weichtest du deinem Freund alles? Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, um ihn da mit dem Kind einfach so sitzen zu lassen. Als ob ich Gott und der Welt jeden Tag hunderttausendmal ins Gesicht schreiten müsste. Hallo, ich bin schwul. Hallo, ich schwul. Die würden denklich in den Trip geschmissen. Ja, meditiert. Was? Diese kompromisslose Klarheit, die knallt einem doch sofort entgegen, oder? Papa, Papa. Leg mal dieses beschissene Polizeiauto weg. Jetzt sag Papa! Hallo. Ich bin nicht zu sprechen. Jetzt kannst du das einfach auf, aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin behinderter. Ich bin ein gewollt. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden.